Nein, Mann, wie könnten wir das am besten lösen? Hast du was Explosives? Nö. Sehr gut. Pass mal auf. Wäre es nicht... Versuch mal wieder mit dem Auto die platt zu nieten. Komm, ich steig mit dir ein. Pierre immer nur um Autos klauen. Los, los, der Pole macht's. Ey, ziehst du gerade mit der Waffe auf mich? Pass mal auf, wir machen das richtig taktisch jetzt. Guck mal. Ups. Knall die ab. Oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder los? Ich bin tot, Pierre. Lebst du noch? Ja, aber nicht mehr lange. Ja, aber nicht mehr lange. Ja, geil, ich hab ne Schrotflinte mit. Wie geht man nochmal an den Decken, Kevin? L1. Nein. Natürlich. L1 pickst du mal in die Waffe, du Idiot. Ich weiß ja nicht, was für eine Steuerung du hast, gell? Ja, R1, du Affe. Ja, mein ich doch. Hab ich L1 gesagt? Ja. Sorry, meinte R1. Und ich bin genau auf der anderen Seite von dir, nice, wie die Mieten zusammen um. Ja, das war, glaube ich, auch am schlauesten, so von beiden Seiten anzugreifen, weißt du, was ich mein? Ja, klar. Hab ihn. So, die sind weg. Ich stiehle das Meth. Was macht die Karre hier? Was soll denn der Scheiß? Oh, no, what no. Okay, bitte nicht mal fahren, ich bin fast tot. Ich wollte das Meth einsammeln. Ich fahr. Komm, du Lappen. Hallo? Ja, ich bin immer drehen. Ja, ich weiß noch deine Einsteigkünste. Staffellauf, 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 zwischen zwei Autos, ey. Und du fährst wie betrunken, das stimmt doch gar nicht. Die betrunkenen fahren, wie ich. Und über dem Navi, du Affe. Was für Navi, Mann? Ich hab alles im Kopf, ich hab die ganze Karte von GTA im Kopf. Ist so. Falsch, du Affe. Was für falsch, guck mal. Das ist Abkürzung. Ja. Nein, das ist aber keine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Wenn ich dir doch sage, Mann. Und dann werden wir nicht, wie du es nicht besoffen hast. Ach, quatsch. Den Fassi habe ich eigentlich erfunden, gell? Die besoffenen Armen mich nach einfach nur was. Vielleicht habe ich auch den Fallein. Der Fick, ich. Und war ordentlich. Was mache ich denn hier? Ich konzentriere mich. Ich bin scheiße, Alter. Ja, Hans. Das Schilder. Und das hat mich vorgelegt gerade. Bei mir ist das Schild einfach verschwunden. Oh, nein. Bleib sitzt. Das Auto ist nämlich noch mehr vorhanden. Echt jetzt? Also ich habe hinten noch zwei Rücklichter oder sowas. Ah, eins. Ja, nein, beide sind noch da. Nur eins leuchtet es halt nur. Ja, toll. Ja. Ja, was? Das ist wie beim TÜV. Nein, nein, ich habe doch beide Rücklichter. Ja. Bloß leuchtet irgendwie nur eine Seite. Ja, das geht schon. Egal. Ah, ja. Kein Geld für Zahnreinwechsel. Geh, es ist einfach mit diese Gummi von Unterhose reparieren. Abbiegen, Mann! Nein. Nein, Westgerald, Alter. Ihr recht rein. Ich weiß doch schon. So. So. What the fuck. Yo, man. What the fucker. Oha, Junge. Ja, ich weiß nicht, wie du das Paket. Guck mal, der hat so eine Brille und so eine Kette. So eine Fahrradkette. Ist cool, gell? Okay, wenn der Oberkörper nur mit der Durchausrüstung, ey. Toll, was haben wir jetzt bekommen? Geld. Du Affe. Ja. Wow, 1500. Yeah! Jean-Pierre Punkte? Ey, Kevin. Schnauze. Badt-Schnauze. Schnauze. Badt-Schnauze. Wieso Schnauze? Weil du über dich schnauze halten sollst. Warum? Ja, can you explain it me zu mir logisch mehr? Guck in den Spiegel, ey. Leider ist hier kein Spiegel vorhanden in meinem Zimmer. Du glaubst, weil sonst würde der Wunderschmied zerbrechen. Nee. Drück mal X, voll fortfahren, du Affe. Ja, hab ich doch schon seit 20 Minuten, Mann. Nein. Okay, ich kann noch gefällt mir und gefällt mir nicht machen, Alter. Ja, jetzt musst du... Ach, du bist wirklich gern, ohne Scheiß. Ja, jetzt hab ich fortfahren gedrückt, hast du gesehen. Hast du gesehen, Alter? Hast du gesehen, Mann? Ja, geil! Ja, geil! Wieso wollen wir keine Missionen machen oder so und shit? Ich will mir das in so ein scheißes Apartment kaufen, du Arsch. Ja, dann fick you hard ins A-Loch, Alter. Kevin! Ja, bitte. Dein A-Loch ist ziemlich eng. Ja, klar, und das hat so ein bisschen braune Stellen, so, weiß auch nicht. Und da hängen so Krümel, weiß auch nicht. Okay, du bist so abartig eklig, Mann. Manchmal, gell, Mensch. Alter, warum bist du auf einmal so hologrammäßig hier? Ich werde, du hast gerade so aufgeblinkt. So, Alter, hör doch mal auf. Wofür? Ich wollte den auch. Alter, du hast mir eine Brille runtergeboxt, so Wichser. Und mein Hut. Stück Scheiße. Scheiße, Rasterman, alle. Hallo, hallo! Arsch! Ja, genau. Alter! Pierre! Hör auf, mir die Nase weiterhin zu verprügeln. Das ist aus, ich... Reanimation! Lebt, Kevin! Lebt! Triffst nicht mal den Kopf. Ist wieder mal vom Baum. Der boxt auf die Straße. Boxt. Fail, er tritt, egal. Wo bist du Arschloch? Wir können ja nicht alles verlaufen. Und auf Smallga, oder? Willst du dich jetzt glücklich, ja? Ja, sogar sehr. So, wo bist du? Wo bist du? Wie geil ist das denn? Da ist er doch. Hier ist er doch. Lauf doch mal, du Gurke, Alter. Meine Fresse ist der langsam. Wo bist denn du? Ich bin weg. Ich bin weg. Bis hier im Bosch? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf, mich zu schubsen. Ah, da, hallo. Hör auf! Hör auf, hallo! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! geflogen bei mir stehst du in AconMaskar nix ja ich bin ausgeteilt ausgeflogen Peter online alles schon wieder nein eine Sitzung ja bei mir steht das offline ist ja jetzt bin ich wieder anmelden Jackpot achtet auch wieder offline ein Fehler ist aufgetreten seine Mama wurde abgemeldet vom Pläserchen Network hier liegt noch den Typ den du verprügelt hast alter der hat keinen Kopf oder ist ein Kopf grün was sein Kopf ist grün what the fuck soll er erzählte ich gerade mal nur mein PSI Menü aber das ändert sich gleich ja unerwartete technische Probleme und zwar in Worten mein Lahnkabel ja scheiß mal aufs Lahnkabel ey kauf dir ein neues Heaven sei schwarz ja gut ach so du musst ganz neu laden oder wie egal wir machen gleich mal direkt die nächste Mission wenn du wieder da bist Freunde beitreten boah bitch slap diesen Penner eigentlich kann der nichts dafür euch einen Schlag ja aber ich mach's aus Spaß geile Begründung eigentlich kann er nix dafür aber ich mach's aus Spaß gta online wird betreten gta online wird betreten Kevin du bist so schwarz nein eigentlich nicht doch ich bin ein herkömmlicher Junge aus dem wirken weiß ist nur noch nicht was dass du schwarz bist ach hör mal auf damit Junge es gibt genügend Leute die weiß sind weißt was ich mein Leute ich konnte irgendwie nicht beitragen what the fuck könnte geeignete Freunde äh Sitzung gefunden werden du willst mich verarschen Affen ey egal dann lade ich ihn gleich nochmal ein dann lade ich ihn mir nochmal ja und zwar eine öffentliche Sitzung mit ganz vielen Leuten und ne ohne Scheiß Kevin lass mal lieber den äh Militärschutzpunkt Militärschutzpunkt suchen und dann äh und da ein bisschen Stress machen ja und ein bisschen mit äh Jets rumfliegen ja man aber das ist schwer ja die ficken dich in den Arsch wir können ja auch versuchen Panzer zu klauen aber pff ja haha das ist hart Panzer klauen es geht wir wissen was wir übertrieben schweres ist man gar lass probieren ok ok in einem Land und der Garten ok so nehmen wir das jetzt weiter auf oder ja geht also ganz normal weiter hab ich das verwendet was wir hier ja ach das was ich jetzt gesagt hab nee was bin ich was ist bin ich cool jetzt komm ich ins Fernseher komm ich ins Fernseher komm ich ins Fernseher weißt du ja ha 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 angeladen komm ich ins Fernseher geil hab ich mal angeladen halb ihr müsst wissen ich bin türke ich fille komm ich ins Fernseher diese ha 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 ne rom ermöglicht schmeckt man sieht wie es schmeckt wir wollen es so achte nix GTA online wird treten Dankeschön und die Führung und die sind mann und so viele Reihen aber ein bisschen 50 Wettbewerber den abziehen Prozent erst mal nur noch mal das behinderte ja du ja unter anderem aber es geht in die schon so seit drei Jahren auch nur ein paar lieben die flachen aber lief in die tatsch des skis ich bin wieder da mein Fedora sitzt meine Brille ist auch wieder auf und will ich hole mir ein Apartment für 200.000 du hast doch immer 200.000 ich bin noch so 10 Euro auf dem Konto Immobile kaufen, gekauft, jetzt habe ich noch 300.000 wo bist du überhaupt the fuck, jetzt möchte ich mal wieder suchen, ey du Lappen mach dich mal, äh, erkenntlich wo bist denn du ey, du bist nicht mal in meinem Server drin ey, du bist so ein Lappen ich join dir den Server, das ist der falsche Server, oder wie Jungs, hab dich eingeladen, was kann ich dafür, wenn der Server du lädst mich ein in den falschen Server, willst du mich verarschen bei mir bist du immer noch, ich lade sie immer noch als eingeladen what the fuck, ich bin schon nix what the fuck, lad mal nochmal ein ich bin behindert by the way, ich hab ne SMS von, äh, Gerald bekommen hey man, du musst dringend was für mich erledigen ich schicke dir Infos über einen Dildo weiter kann ich nicht lesen so, geht hier online, möchtest du annehmen ja, bitte Drecks, Kack, Server, Shit, Mongos so, wo ist mein Haus so weißt du, wo du noch ziemlich viel für deine Kohle kriegst, in welchem Einkaufsladen ja, wo du sechsmal darfst du raten warum, sechsmal? einfach so, ich fand's langweilig, immer mit drei keine Ahnung, du Affe oh, jetzt überleg doch mal, wo ist am billigsten komm jetzt nicht mit Netto oder so Lidl nein, noch fünfmal bist du drinnen? nein, viermal schuldet er grad noch, oder? ja, verdammt du hast vier Versuche fake you nein, drei Versuche fake you zwei Versuche fake you, fake you richtige Antwort, fake you, jawohl sehr schön so, jetzt bin ich auf deinem Server, du Lappenmensch, du ey, das ist hier zu meinem Haus ja, ich seh' dich doch, Mann bist du das in dem LKW? mhm äh, du wolltest mich umfahren, ich hab's auch gesehen nein, ich hab' gebremst du, aber ich komm' zu meinem Apartment, du darfst mich dann besuchen ey, behal' den LKW mal, der ist cool, alter nö, du konntest'n geil, du konntest'n deinem Apartment, hast du ne Garage, wo du bis zu sechs Autos drin parken kannst echt jetzt? die dann die, die dann automatisch einen Palsender kriegen musstest du, da ich nicht mehr eins besitze ich auch nicht ich klau' mir einfach alles mögliche zusammen und fahr' damit rum, wie so'n behinderter Besoffener gib' ihm mal, ja, man stell' mal vor, du fährst mitten in der Stadt, so 50, denkst dir nix, bis auf einmal kommt von hinten so'n LKW und rammtisch einfach so weg fährt auch noch so Laternen und weißt du, was ich mein' so Ampeln kaputt so geil hup, wie so'n behinderter mö这里 mnö, der Beifahrer so' oberkörperfrei Der geht mir aber auf den Piss, Alter. Wenn er mich noch einmal rammt, dann steige ich aus und töte ihn einfach. Ernst, keiner legt sich mit uns an. Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Danke. Kollege, haben wir hier ein Problem? Lass ihn mal, lass ihn mal. Haben wir ein Problem, Kollege? Ja? Problem gelöst, Pierre. Wie einfach da wegrennen, weißt du, wie du angst, weil du ausgestiegen bist? Problem gelöst. So lösen wir das hier in Russland. Bro, man. Ey, hier sind wir in China, oder? Komm mal links. Ja, das ist es. Weg mit dem Auto. Stopp, Schild überfahren, Leute überfahren. Oh, wir haben wohl, nice. Egal, machen wir jetzt Missionen, oder? Wie sagt der, ist meine schöne Bude? Das auch stimmt, du wolltest mir deine gekaufte Bude anzeigen, ne? Ja, man. Ja, man. Die LKW ist geil, halt. Das ist unser neues Einsatzauto, jetzt. Hallo, Pierre. Musst du mal diese Leute anfahren? Die könnte auch gar nichts tun. Dein Typ war ein Geisterfahrer, Mann. Du fährst auf der falschen Spur durch J. Nein, das ist richtig. Die anderen fahren nur falsch rum. Das ist genauso dumm, wie wenn Geisterfahrer sich fragt, warum sind denn heute so viele Geisterfahrer unterwegs? What the fuck? Das ist dasselbe. Behinderten. Alter, ist hier ein Helikop... Aber von... Nicht von uns. What the fuck. Der hat den vom Militärstützpunkt geklaut, aber egal. Ja, die Bollen hier sind ja ohne Scheiß. Vielleicht auch wegen dem Typen. Keine Ahnung. Egal, fahren wir in dein Apartment. Motherfucker. Du hast auch zwei Sterne gehst. Ja. Was ist das für eine Hinterhof-Scheiße hier? Ach, wo ist die Garage? Da vorne. Diese Kacke hast du dir geholt. So voll der Hinterhof-Laden hier. Wann renner jetzt? Ey, ich will meinen LKW behalten, du Wichse. Junge, wo gehst du hin? Du läufst gerade gegen die Wand. Hallo. Ich kann nicht rein. Was ist das? Hallo. Hallo. Lord. Bist du auch drin jetzt? Ja. Ja. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja. Ja. Hier ist aber nur Garage, hier ist keiner drin. Ich bin da jetzt drin drauf. Ja, wir haben das gemacht. Ich bin einfach reingeschüttet worden. Ey, Lord, ich bin jetzt hier gefangen. Und Flachs kann nicht raus. Ja, ich kann, da habe ich mir so ein kleines Tutorial, was da gerade geladen wird. Ey, geil, ich bin in deinem Haus. Was ist das für Bob von Haus ist so eine Garage? Ist das eine Garage? Ja, du kannst dann mal aufzunehmen, mal immer, 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 immer eine Wohnung machen. Hier ist kein Aufzug. So, irgendwie bis zum Beispiel nicht. Bis schon draußen? What the fuck, jetzt wurde ich aus deiner Garage gecheatet. Ja, du musst... Ah, ich laufe diesen blauen Kreis, drücke um Garage zu öffnen. Ah ja, Klingel, bleib Black Junior. Ja, ja, ich kann aber noch nichts zu hören, du musst warten. Warte auf Erlaubnis von Black Junior 100. Klingel bei Black Junior 100, Klingel bei Black Junior 100, Klingel bei Black Junior, ach, was? Klingel bei Pierre, Klingel bei Pierre, Klingel bei Pierre, Klingel bei Pierre. Machst du mal auf, Kollege? Ich habe schon fünfmal hintereinander geklingelt hier. Ja, ich bin doch nicht in der Garage, du kannst ja in der Garage nicht rennen, Mann. Ja, was wäre das jetzt, wenn es DHL wäre, und der 500 Mal klingelt, du machst einfach nicht die Tür auf, hm? Willst du dich umbringen? Ja, dann, äh, geht deine Päckchen nämlich hier direkt an die Parkstation, was dann? Geh ich da hin? Ja, aber was, wenn die schon zu haben? Schnauze. Ja, das, äh, scheiße, ne?